Der Frühling ist da und mit sonnigen Grüßen heiße ich Willkommen mit diesem Video. Frühjahr, Gleichgewicht und Neuanfang. Der Winter ist gegangen und der Frühling hat Einzug genommen. Welch eine Freude! Mit großer Sehnsucht haben wir die Sonne erwartet mit ihrer Wärme. Nun ist es Zeit für Veränderungen und darüber sollten wir nachdenken. Denn wir wollen uns neu orientieren mit Empathie und Handlungsgeschick. Das bedeutet, wir müssen unsere Energie und Kraft effektiver einsetzen. Wie? Du bekommst das nicht hin? Tja, ich helfe dir! Fokussiere dich neu und handle zielgerecht. Dann wird der Erfolg nicht ausbleiben und das Glück klopft an deine Tür. Du musst sie nur öffnen und ich kann dir dabei helfen. Spare deine Kräfte für die wirklich wichtigen Dinge auf und walte mit Rücksicht da, wo es Not tut. Lass keine Aggressionen zu, sondern schütze dein Umfeld davor. Das schaffst du nicht? Auch da bin ich an deiner Seite, um deine Zukunftsplanung und Neuorientierung optimal in die richtige Richtung zu bringen. Merkur ist nicht mehr rückläufig und die Sonne spendet dir neue Energien. So können sich schöne Ergebnisse entwickeln und Harmonie ist angesagt. Und du kannst vieles mit klärenden Sprächen zurechtrücken. Vielleicht steht auch etwas Neues an und du spürst neue Leistungsfähigkeiten und Kraft. Endlich! Es ist so einfach, sich selbst zu belohnen, wenn es sein soll. Auch mit meiner Hilfe. Auch mit deiner Partnerschaft will es nicht mehr so richtig klappen? Nun, auch da kann ich dir mit Rat zur Seite stehen. Denn ich bin für dich da. Du musst nur eins tun. Ruf mich an. Hier unten findest du meine Telefonnummer eingeblendet. Ich bin für dich da und warte auf dich. In Liebe, eure Derea.